Okay, okay. Wolf. Was für ein Switch? Er hat auf jeden Fall einen stabilen Wolf. Okay, vielleicht ist das Matchup doch schon ein bisschen übler nochmal als gegen Young Link oder so, dass er jetzt hier auf Wolf switcht. Ja, mal gucken. Sehr spannend. Wie Beißel reagieren wird mit Dark Hunt. Flur. Ich bin sehr gespannt hier, was wir jetzt hier sehen. Oh, schöne Pairs. Sehen wir hier neue Twitter-Kombos? Das ist die Frage. Ich werde Twitter-Kombos mit meinem Commentary auf Twitter. Ja, danke. Ja, auch von Justin. Mal gucken. Die Player-Camp ist schon heftig. Ja, ist schon ein bisschen mit Kopfbewegung dabei, Augen zucken. Beißel ist eine Buddha-Statue, das passiert einfach nichts. Ja. Einfach eine Buddha-Statue. Das Bild ist nicht gefreezen. Nee. Auch beide mit Mütze und Jacke, als ob das da so kalt ist. Halt so voll aufgedähtchen. Jeder wie er mag. Jeder Bock hat. Aber ein guter Lied jetzt für den Dark Hunt. Für Beißel. Ein Mist-Leak von der Frisky-Scheibe. Oder auch nicht. Muss ich erstmal auch so ein bisschen annähern und gucken. Nee. Oh, Hard-Read. Kommt nicht. Kann man machen. Kann man schon machen. Oh, fieser Cowboy ohne Hose. Gar keiner Danger-Sound. Danger-Sound. Okay, okay. Oh, die hat er. Ja, geredet. Geredet. Fertig. Wie viel hatte er? Ist doch irgendwie... Ja, so tot. Ja, der ist schon 130. Watch out. Okay, okay. Weißel hat natürlich auch schon ein bisschen Wolf-Erfahrung gegen SDN, weil SDN spielt auch Wol. Ja stimmt. Ist natürlich auch ein guter Wolf. Ist richtig. Auch ein sehr guter Wolf. Ja und das sieht hier ziemlich gut aus für Beiße gerade. Schön den Lead ausgebaut und das ist natürlich jetzt auch schwierig für Justin da als Wolf, da musst du die ganze Zeit hinterherlaufen rankommen. Beiße sagt sich hier, ne ne, ich will doch nicht Stock verlieren. Ne ne, das dauert noch ein bisschen. So entweder wird es Beiße selber, okay, okay, okay. Oh, die Dose leider gar nicht. Okay, Abwehr, nimm mal mit, nimm mal mit, nimm mal mit und wirft ihn rein. Juhu, Mario Golf, Mario Golf. Und die nächste fliegt schon. Oh, die Frisbee platziert, okay, kann man machen. Die Team-Kombos mit sich selber und Dose. Oh, und der F-Smash. Die Abwehr rein, das war, okay, tschüss. Und tschüss. Naja, aber ganz das Stock ist hier für Beigel dem Weichel. Ja. Könnte mir vorstellen, dass wir gleich nochmal einen Switch sehen von Justin, es sei denn, der dreht jetzt nochmal richtig auf hier. Ja, könnte vielleicht sein. Schauen wir mal. Aber muss man erstmal reinkommen. Oh. Boah, fies. Boah. Du kommst da nicht durch. 105% auch, weißt du. Einmal mal kurz ein paar Dosen getradet und zack. Du kommst da nicht durch. Du kannst keine Attacken ausführen, ohne dass irgendwas getradet wird. Echt heftig, ey. So. So. Okay, Parry-Modus oben. Okay. Frech sogar ein bisschen. Ja, weil wir parryen alles, ne? Dieser Butter. Oh, die fehlen. Ja, okay. 1-0 für Butter Beigel. Butter Beigel, ja, was soll man sagen? Heftig gemacht. Heftig gemacht. Das war schon sehr solide. Tustag, ne? Tustag? Okay, okay. Das war brutal. Das war schon brutal. Den ist Sephiroth? Ne, nochmal Rolf. Rolf in grün diesmal. PS2. Second Game. Rrrr. Sekundogame. Rrrr. Jaaa. Mal gucken, ob Justin was mitgenommen hat aus dem letzten Game. Ja, muss er mal aufdrehen hier. War das eben auch auf PS2? Ja, ne? Ich sehe schon, er läuft jetzt ein bisschen mehr weg und will mit dem Laser ein bisschen shooten. Ja, Laser muss er mal ein bisschen mehr auspacken. Hat er gerade wenig gemacht. Ja. Ja, ja, ja. Einfach weg. Oh, wie der Abtilt. 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 Und wir sehen hier. Gerade eben. Aber bis jetzt. Boah. Skannter, Air Doge. Oh, fast. Boah, das war's. Drei, vier Prozent noch. Der Hund, sowas. Weg. Oh, die Dose rettet. Die Dose. Die Dose rettet. Die Dose rettet. Die Chilipontane sagt nein, noch nicht. Die Dose erstmal. Nehmen wir erstmal die Dose nach vorne. Okay, nicer Grab. Tomahawk grab. Tomahawk. Ne, Tomahawk. Hat Wolf eigentlich so killt raus? Geht so. Back here. Irgendwann wohl. Back throw. Äh, back throw. Oh, schön. Okay, ne. Oh, gut. Oh. Seht ihr wieder ein bisschen mehr auf? Nicht gecovert. The Dead Landing. Crazy. 164 Prozent. Auf jeden Fall auch ein gut Percentage. Aber auch. Man will den Hund ja natürlich auch irgendwann mal killen. Aber da wird man ein bisschen greedy. Nicht, dass Justin das nichts macht. Oh, okay. Jawollt. Oh, und dann eine Abwehr gecatcht. Mhm. Mit Rage natürlich dann auch sehr schnell tot. Gucken ob Beißel dann den Lead irgendwie noch ausbauen kann. Ja, das sind wir ja eigentlich gewohnt von ihm. Das sind wir jetzt. Oh, ein paar Prozent der Macht auf jeden Fall. Oh, was? Schauen wir mal. Ja, alles okay. Ja, das war's. Ja, ne Tilt her. Alles klar. Was? Ja. 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 Ich hab jetzt irgendwie mit Nadair gerechnet. Ja. schon. Vielleicht war er sich nicht ganz sicher. Vielleicht war er sich nicht ganz sicher. Ja. Und jetzt muss Beißel ein bisschen in die Offensive gehen. Mhm. Ja. Geht eigentlich. Geht eigentlich. Also noch ist es noch nicht so schlimm. Nee. Aber die zeigt gerade auch nicht. Ja. Ist auch nicht. Ja. Da hinten steht die Zeit. Hey. 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 Also Zeit sagt 3 Minuten 30 noch. Ja. Okay. Aber wahrscheinlich. Spielt das keine großartige Rolle. Okay. Und. Oh. Fies geworfen. Oh. Schöner. Wie. Oh. Wow. Oh. Gefährlich jetzt. Okay. Wird die Dose irgendwas machen können? Okay. Oh. Zurück an die Ägle. Die Ägle. Nicht getaunt. Ja. Oh. Okay. Ja. Okay. Ist alles noch drin hier. Alles noch drin. Alles ist drin. Alles ist drin. Ja. Oh. Ja. Das war's. Gereadet. Upsmash. Safe. Ist drin. Safe. Oder man hier. Ja. Safe. Ja. Und schon steht eins. Kiel Gaming Pod. Ich muss kurz den Stream wieder finden. Eins zu eins. Ging ganz schnell. Ging ganz schnell. Ey Leute. Eins zu eins. Ja. Es bleibt weiterhin spannend. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Justin macht hier den Run. Alle Runs. Justin gegen Buddha. Mal schauen. Schauen was wird. Welche Stage gehen wir denn meine Leute? Wir gehen wieder auf PS2? Wir gehen wieder auf PS2. PS2. Keiner will hier irgendeine andere Stage nehmen. Jeder fühlt sich wohl. Jeder fühlt sich wohl. Jeder fühlt sich wohl. Richtig happy music. Happy music. Okay. Okay. Bleib. Oh. Hey. 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 Wake up. Nice. Kombos hier von Justin. Okay. Die Dose. Auf Kopf. Auf Kopf. BAM. Loser. Dieser Cowboy liegt da rum. Und. Boah. Das wäre. Boah. Boah. Schön. Das wäre schmerzhaft gewesen. Ja. Hat der Beißer gut gemacht. Ja. Schön gemikrospaced. Microspaced. Wow. Schön zurückgerollt. Justin spielt das hier aber wirklich sehr schön. Muss man sich sehen. Der spielt schon sehr schön. Wolf. Wolf. Der erstes Match hatte ja schon gut. Gut kassiert kann man sagen. Ne. Also ich muss sagen echt mutig. Bei Wolf zu bleiben nach dem ersten Match und dann echt auch so zurück zu kommen. Ne. Ja. Und jetzt führt er auch. Und hat einen guten Lead. 100%. Crazy. Gucken wir. Wie. Was runter spielen. Gucken wir. Runter spielen. Ja. Oh. Oh. Don't have to grab. Kenne ich doch auch. Irgendwo mehr. Okay. Wolf. Okay. Oh. Noch nicht. Noch nicht. Jose. Ne. Jose. Weggefliegt. Die Abwehr gecatcht. Oh. Und es könnte jetzt wieder spannend werden. Dinger. Meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren. Das wird nochmal spannend. Das ist die Frage. Kann Beißel das sich hier wieder zurück aufbauen? Oder wird Justin. Ui. Ihm. Richtig nochmal. Fetzen. Hm. Justin hat auf jeden Fall Bock. Dose. Green Kopf. Da muss schon echt ne. Ne Twitter-Combo kommen. Damit das sich hier ausgleicht. Ja. Müsste. Dose. Auf Kopf. Mhm. Oh. Naja. Bleib patient hier. Spiel das runter. Aber Justin ist doch gut. Einfach auch bisschen auf Distanz bleiben. Ja. Denkst du okay? Okay. 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 So. Ich hab nur meinen Laser. Aber ich muss doch gar nicht kommen. Digga. Weil jetzt hat Beißel auch wieder gut zurück geholt. Kann man schon mal sagen. Kann man schon auch sagen. Ja. Letztendlich muss er halt doch auch ran. Mhm. So. Fair. Fast gekillt. Was sehen wir? Re-Grab. Kein Punish. Oh. Schön. Mario Golf. Okay. Das könnte es schon sein. Oh nein. Moment. Das war es doch nicht. Noch nicht. Der weiße Spiel ist auf Nummer sicher gerade. Oh. Oh. Der Laser. Laser. Dose zurückgebound. Und Mario Golf aber noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Zweiter Mario Golf. Ne. Free Speed bringt nichts. Gunman auch nicht. Oh. Und er ist wieder rauf gekommen. Er ist ganz normal rauf. Oh. Wieder rauf gekommen. Mhm. Er hat das Gefühl, dass... Oh. 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 Ich dachte jetzt kommt eine Typey. Das wäre heftig. Das wäre cool. Das wäre echt heftig. Oh. Okay. Jetzt wird es spannend. Jetzt wird es spannend. Wer das Game holt. Der. Wer das Game holt. Der. Mhm. Das sieht sehr gut aus für Justin. Lecker. Lecker. Mal sehen, ob Zug WLAN gönnt. Oh. Erfahrungsgemäß Krise. Squall. Squall. Jetzt nicht mit. Doch. Doch. Aber erstmal random. Oh. Okay. Deutsche Netz. Schwierige Netz. Okay. Hä? Reflektot. Wirklich? Was passiert? Erklär mal. Der Gunman hat geshootet. Ulf hat reflektot. Achso. Und da kommt rein. Und tschüss. Okay. Da kommt Peinab gemacht. Peinab. Wieder auf PS2. Das wird wahrscheinlich sein. Uno Reverse schon wieder. Vielleicht das letzte Game für Baikel oder Baikel. Vielleicht das letzte Game, Leute. Bitte? Noch drei Fotoer. Hey. Noch drei Fotoer. Jungs und Mädels. Drei noch. Drei noch rein da. Drei da rein da. Drei da rein da. Gerade die Info bekommen hier. Gerade die Info bekommen hier. Gerade die Info bekommen noch drei. Alle reinfollowen hier. Tut keinen Weg. Ihr wollt erst, dass wir hier singen sollen für euch. Ja. Dann noch drei. Ich mach auch gern Handstand. Let's go Justins Wolf. Ja man. Hab ihm immer gesagt. Er muss bloß in seinen Wolf belieben, um seinen Dackern Trauma zu überwinden. Ja. Also keine Ahnung. Bei der Traummacher geht er auf jeden Fall sehr gut um damit mit seinem Traumata. Sehr gut am aufarbeiten hier. Jetzt sehr gespannt. Vielleicht ein Potential Last Game von Baikel Buddha. Mhm. Das wär schon heftig. Das wär schon heftig. Das wär auch ein kleiner Upset. Auf jeden. Aber ich glaub Baikel ist das 2nd Seat des Tournament. Wo ist dann Justin gesiedelt? Weißt du das? Nee. Keine Ahnung. Also 5 oder 6 oder so? Ja. So bin ich drin. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Er sagt doch. Ist doch wieder sehr even hier. Sehr even hier. Und er ist offstage. Oh. Okay. Weitere an der Ad. Weitere schlau rauf gekommen. Oh. 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 Die Back-Air. Das tut weh für Baikel. Oder Baikel. Okay. Er ist die gute Person. Aber er muss jetzt hier was machen. Oh. Oh. Schöner Tag. Boah. Das wär's auch fast gewesen. Nee. Das war ein heftiger Tag. Ja. Der war schön. Der war schön. Der war schön. Michael muss sich ganz schnell den Stock holen. Wenn er da noch was bauen will. Bauen. Bauen. Der Meister. Ja. Und er catch ihn wieder mit der Abwehr. Wirklich? Oft? Ja. Ja. Das ist irgendwie so der Kill. Das ist wieder even mit 2 Stock per 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 per. Each. Das ist ja verrückt. Two persons each. Two persons each. Ja. Aber jetzt sieht man auch. Justin wartet. Shootet mit dem Laser. Shoot. Attemptet jetzt noch so ein bisschen. Aber nicht so doll. Nur wenn er sich sicher fühlt. Mhm. Und der shootet. 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 Early. Hup. Okay. Du musst da wirklich jetzt mal haarscharf nachdenken. Du musst haarscharf nachdenken. Du musst haarscharf nachdenken. Das tut er auch. Wie man sieht. Oh. Digga. Also der Laser. Sehr effektiv ging. Oh. Das wär's fast gewesen. Oh. Weiß ich. Hätte ihn vielleicht noch nicht. Oh. Das ist es. Sehr schützig. Schlechte DI vielleicht. Oh nein. Also vielleicht. Mhm. Ich hatte das Gefühl, er ist gerade irgendwie in die Richtung. Wer steht hier? Mhm. Das ist genau so. Okay. Okay. Beißer sagt nein. Beißer sagt nein. Noch nicht. Noch nicht. Oh. Schöne Frame Traps hier. Okay. Es bleibt wirklich spannend. Aber Justin noch mit einem kleinen Lead kann man sagen. Ja. Schon Lead. Aber jetzt baut sich der Lead immer. Nein. So was dürfen wir natürlich nicht machen. Es dürfen keine F-Smashes fliegen. Oh. Oh mein Gott. Oh. Oh. Okay. Beißer wieder drauf. Becker. Wulf. Komm Beißer. Wir wollen noch ein fünftes Match hier kommen. Noch ein fünftes. Noch ein fünftes. Oh. Das bleibt wirklich sehr spannend. Oh. Oh. Was für ein Reed. Und der killt nicht. Was war das für ein Reed? Das war ein unnormal kranker Reed. Sorry. Aber wo kam der Reed daher? Ja. Es bleibt wirklich super spannend. Oh mein Gott. Super, super duper spannend. Oh mein Gott. Wer wird sich das Game hier holen? Oh mein Gott. Oh. Leute, Leute, Leute. Was ist das denn hier? Oh. Da haben sich beide mal wieder den F-Killt. Oh. Und jetzt Offstage-Situation. Ja. Das war's. Das war's. Ja. Das war's. Und Justin marschiert hier durch, Digga. Boah. Das Dacca-Trauma besiegt. Das Dacca-Trauma besiegt. Gönnen wir's ihm. Gönnen wir's ihm. Schön gespielt. Schön gespielt. Schön gespielt.